Seit Beginn des Krieges in der Ukraine bekommt die Bundeswehr deutlich mehr Geld. Verteidigungsminister Boris Pistorius will Deutschland und die Truppe so wörtlich kriegstüchtig machen. Wie hat sich die Bundeswehr im vergangenen Jahr nun entwickelt? Das steht im neuen Jahresbericht der Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages. Eva Högl ist bei uns. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Einen schönen guten Tag. Wie kriegstüchtig ist die Bundeswehr inzwischen? Die Bundeswehr ist auf dem Weg dahin, vollständig einsatzbereit zu sein. Aber wir sind noch nicht am Ziel. Es gibt noch viel zu tun. Das beschreibt auch mein Jahresbericht 2023 im Bereich Material, im Bereich Personal und bei der Infrastruktur. Sie schreiben, man muss Aggressoren durch effektive und glaubhafte Abschreckung begegnen. Kann die Bundeswehr das Stand heute? Selbstverständlich kann sie das. Das macht die Bundeswehr im Bündnis. Das heißt, mit unseren Partnern in der NATO, in der Europäischen Union geht es darum, für den Ernstfall vorbereitet zu sein. Das heißt, verteidigen zu können. Und es geht darum, im Vorfeld glaubhaft abzuschrecken, damit mögliche Aggressoren gar nicht erst auf die Idee kommen, das Bündnisgebiet anzugreifen. Mögliche Aggressoren wissen aber auch von dem, was Sie im Bericht schreiben, nämlich von mitunter erheblichen Mängeln auch bei der Bundeswehr. Sie bezeichnen das diesmal als Dauerbrenner. Nicht nur Sie, sondern auch Ihre Vorgänger schon. Personal, Material, Infrastruktur da klemmt. Ich würde sagen, wir schauen uns diese Punkte mal so ein bisschen im Detail an. Es sind ja gut 180.000 Soldatinnen und Soldaten, die in der Bundeswehr dienen. Das sind aber weniger als im Vorjahr. Es sollen aber eigentlich mehr werden. Wo klemmt es da? Ja, wir haben ein massives Problem beim Thema Personalgewinnung. Also wir haben einen Rückgang. Man kann sagen, die Bundeswehr schrumpft und altert. Und dem muss gegengesteuert werden. Dem muss entgegengewirkt werden. Das heißt, wir hatten im Jahr 2023 genauso viele Einstellungen und Bewerbungen wie im Jahr zuvor. Das ist zu wenig, um den Stand zu halten sogar. Aber das ist definitiv zu wenig, um noch aufzuwachsen. Das Ziel ist ja nach wie vor 203.000 Soldatinnen und Soldaten. Wir haben rund 20.000 Dienstposten oberhalb der Mannschaftsdienst gerade unbesetzt. Und wir haben eine zu hohe Abbruchquote, wenn Menschen sich entscheiden, zur Bundeswehr zu kommen. Es gibt also eine ganze Reihe negative Entwicklungen bei Personal. Das Gute ist, dass Personal jetzt ganz oben auf der politischen Agenda ist. Es ist angekommen, dass man im Bereich Personal was tun muss. Aber was denn konkret? Also zum Beispiel besser werden bei der Personalgewinnung. Das heißt, man muss ganz gezielt auf mögliche junge Leute, mittelalte Leute zugehen. Und dann sage ich mal, wenn die Bundeswehr attraktiv ist, das heißt Vollausstattung, genügend Material hat, wenn das Thema Personal mit der Belastung und so weiter stimmt und wenn die Infrastruktur modern ist, dann ist die Bundeswehr auch ein attraktiver Arbeitgeber. Das heißt, gar nicht so viel YouTube-Videos und Plakate, das ist nicht das Entscheidende, sondern als Arbeitgeber der Dienst bei der Bundeswehr muss attraktiv sein. Und darum geht es. Sie haben es gerade schon angesprochen, viele, die freiwillig zur Bundeswehr kommen, brechen ab, teilweise schon in der Probezeit, ein Viertel der freiwillig Wehrdienstleistenden. Woran liegt das, dass so früh schon abgebrochen wird? Die Gründe sind ganz unterschiedlich und ich mahne ja auch immer an, die Gründe noch besser zu erheben, damit man besser gegensteuern kann. Ein Hauptgrund ist, die jungen Leute machen das zur Überbrückung, gehen dann in eine Ausbildung oder ins Studium. Ein zweiter Grund ist, die jungen Leute wünschen sich, man glaubt das gar nicht, man denkt global mobil, junge Leute, nein, die wünschen sich eine heimatnahe Verwendung. Das heißt, junge Leute würden gerne nach der Schule erst mal zu Hause bleiben im bekannten Umfeld und sie werden dann häufig sehr weit versetzt bei der Bundeswehr. Das ist nicht attraktiv und da plädiere ich auch dafür, junge Leute erst mal im bekannten heimatlichen Umfeld auch einzusetzen und auszubilden. Nun hat sich ja die Lage in den letzten zwei Jahren international drastisch verändert. Wir haben eine Kriegslage in Europa. Ist das auch ein Grund, dass viele sagen, naja, Bundeswehr, jetzt ist es halt doch kein Job mehr wie jeder andere? Wir haben keine Zahlen. Das Ministerium hat dazu auch keine Aussagen gemacht, dass das abschreckt, der Krieg in der Ukraine oder der Ernst der Lage. Sondern es ist auch so, dass es sich auch Menschen motivieren, dass es Menschen motiviert mitzumachen. Also ich treffe auch junge Leute, ich treffe natürlich die, die dann bei der Bundeswehr sind, die mir sagen, sie wollen etwas tun, sie wollen etwas beitragen, sie wollen etwas geben für ihr Land und mithelfen. Und das finde ich eine ganz starke Motivation. Und deswegen kann man nicht sagen, der Krieg hält ab oder motiviert, es hält sich ungefähr die Waage. Aber wenn es da keine Zahlen gibt, kann man die nicht einfordern als Plenum, als Parlament? Ja, das finde ich auch richtig, dass man sagt, noch stärker hinzugucken, das hatte ich eben schon gesagt. Was ist die Motivation derjenigen, die zur Bundeswehr kommen oder auch die, die nicht hingehen oder die, die abbrechen nach einer gewissen Zeit, das noch stärker zu erfragen. Anders kann man auch nicht gegensteuern. Wenn man da einen Strich drunter macht, dann kommt wieder die Debatte mit der allgemeinen Wehrpflicht. Brauchen wir die wieder? Sie haben die Debatte im vergangenen Jahr selbst ja auch mit angestoßen. Wir brauchen die alte Wehrpflicht nicht zurück, die ja nur ausgesetzt wurde 2011, aber wir brauchen etwas Neues. Ich werbe sehr dafür, so wie der Bundespräsident und auch andere, auch der Bundesminister Boris Pistorius äußert sich ja in diese Richtung, so etwas wie ein Jahr für unsere Gesellschaft einzurichten. Das kann man in verschiedenen Bereichen dann absolvieren, Soziales, Umwelt, Kultur und eben auch bei der Bundeswehr. Und ich finde das gut, wenn alle jungen Leute, Mittelalte, ein Jahr lang etwas für unsere Gesellschaft tun. Denn die Verteidigung unseres Friedens, unserer Freiheit, unserer Demokratie ist nicht nur eine Aufgabe der Bundeswehr, sondern der gesamten Gesellschaft. Und das würde, glaube ich, dadurch auch nochmal deutlich. An welchen Stellen macht sich denn der Personalmangel am deutlichsten bemerkbar? Wo klemmt es? Bei den sehr spezialisierten fachlichen in den Bereichen. Also zum Beispiel alles rund um Fliegen, also bei den Fluglehrern, bei allen, die kontrollieren, was geflogen wird. Oder auch im Bereich der IT. Da haben wir einen großen Mangel. Das sind hochspezialisierte Bereiche mit viel technischer Vorkenntnis und Ausbildung. Und diese Bereiche sind natürlich auch sehr attraktiv auf dem zivilen Markt. Und deswegen ist die Bundeswehr da in einer harten Konkurrenz. Zum Thema IT kommen wir gleich noch. Da gibt es ja momentan ganz enorme Schlagzeilen rund um das Thema. Aber vielleicht ein Thema noch. Es ist ja so, wenn man sich als attraktiver Arbeitgeber verkaufen und präsentieren möchte, dann gehört dazu ja auch ein attraktiver Arbeitsplatz. Die Kasernen sind momentan offenbar nicht so attraktiv, schreiben Sie in Ihrem Bericht. Da ist von desaströser Infrastruktur die Rede. Was müssen wir uns da für Zustände darunter vorstellen in den Kasernen? Also da geht es um verschimmelte Duschen, um verstopfte Toiletten, um Stuben, die eigentlich nicht mehr nutzbar sind. Fehlende sportliche Infrastruktur, zum Beispiel Schwimmbäder, Sportplätze, keine Truppenküchen oder Truppenküchen, die nicht mehr den Standards entsprechen. Also das ist richtig erbärmlich. Das ist nicht irgendwie Luxus oder so, dass man sagt, man kann darüber nachdenken. Das fehlt an allem. Das ist natürlich sehr unterschiedlich in den Kasernen, aber ich erlebe diesen Zustand Land auf Land ab. Und wir haben einen ungefähr Investitionsbedarf von 50 Milliarden Euro. Es geht um rund 7.000 Bauvorhaben, Sanieren und Neubauen. Und alle 16 Bauverwaltungen, die für die Bundeswehr bauen, schaffen pro Jahr ungefähr 1,3 Milliarden Euro. Das heißt, es muss richtig beschleunigt werden. Verfahren müssen vereinfacht werden und wir brauchen auch mehr Personal. Wir haben echten Engpass in den Bauverwaltungen. Und ich bin sehr dankbar, dass Boris Pistorius jetzt auch Anfang des Jahres eingeladen hat zu einer Fachkonferenz und einen Aktionsplan Infrastruktur aufgesetzt hat. Denn das muss wirklich zügig verbessert werden. Sonst ist die Bundeswehr wirklich nicht attraktiv. Und mir schreiben manchmal Eltern von jungen Leuten, die zur Bundeswehr kommen, die gerade das Gelöbnis hatten, die Rekrutinnen und Rekruten und sagen, Frau Högl, wissen Sie, in welchem Zustand die Kaserne ist, wo mein Sohn oder meine Tochter jetzt dient? Was antworten Sie denen? Ich weiß es und ich sehe zu, dass es besser wird. IT haben Sie gerade eben angesprochen. Da fehlt es auch in der Bundeswehr. Jetzt ist der Abhörskandal in den Schlagzeilen seit kurzem. Russland hat ein Online-Meeting hochrangiger Bundeswehr-Generäle abgehört. Inwieweit ist das sinnbildlich für das Thema Datensicherheit bei der Truppe? Das würde ich sagen, ist nicht sinnbildlich für das Thema Datensicherheit. Das muss jetzt auch erst nochmal alles ermittelt werden. Das will ich auch abwarten. Ich hatte aber mich direkt danach geäußert und gesagt, auf jeden Fall gibt dieser Fall Anlass zu sagen, dass alle nochmal gut geschult werden. Denn Russland greift uns im Bereich der Information und Kommunikation an. Das läuft bereits. Wir müssen wirklich viel besser werden im Bereich Spionageabwehr. Und das Erste ist erstmal, dass alle geschult sind, Zivile wie Soldaten, im Umgang mit IT, Telefonaten, Mails und so weiter. Dann brauchen wir die technischen Voraussetzungen. Ich denke, das muss alles nochmal überprüft werden, ob das alles auf dem Stand ist, ob genug vorhanden ist. Und das Dritte ist unser MAD, der ja für Spionageabwehr zuständig ist. Der muss auch genügend Personal und technische Ausrüstung haben. Auch wenn Sie natürlich sagen, klar, das muss jetzt erstmal noch weiter untersucht werden. Die Frage ist ja, und das ist ja auch schon sehr klar, dass dort offenbar eine allgemein gebräuchliche Oberfläche wie WebEx genutzt wurde. Das hat jeder schon mal irgendwie in der Firma genutzt. Das ist ja so ein allgemeines Tool. Aber wie kann das sein, dass die Bundeswehr für solche Themen nicht zum Beispiel ein eigenes, speziell für militärische Zwecke entwickeltes Kommunikationsmittel hat, sondern wirklich etwas von der Stange? Wenn ich richtig informiert bin, das ist das, was mir gesagt wurde. Und die Information, die ich im Moment habe, ist, dass die Bundeswehr ein spezielles WebEx-Tool hat. Also nicht das allgemeine, was wir alle privat so nutzen, wenn wir uns mal verständigen wollen, sondern ein speziell gesichertes, dass das auch einigermaßen kompliziert ist, aber doch gesichert ist. Und der Minister hat ja gesagt, es sei ein individueller Anwenderfehler gewesen. Ich würde gerne die Ermittlungen abwarten, bevor ich mich dazu äußere. Deswegen waren meine Forderungen eher allgemein. Und den Vorgang habe ich zum Anlass genommen, um das nochmal stark zu machen. Also es gibt viele Dauerbrenner-Themen, so schreiben Sie es ja in Ihrem Jahresbericht. Sie stellen aber auch Fortschritte fest. Besserung gibt es zum Beispiel bei der persönlichen Ausrüstung. Wie sieht es da mittlerweile aus? Also die persönliche Ausrüstung, das heißt die Kampfbekleidung und die Schutzausrüstung, das kommt im wahrsten Sinne des Wortes bei der Truppe an. Also ich blicke in leuchtende Augen von Soldatinnen und Soldaten, die mir das ganze Material auch präsentieren. Ein bisschen wie Weihnachten. Ja, wirklich, da ist dann ein großer Tisch und da ist alles ausgebreitet, aber das ist wirklich gut. Gut ist auch, dass die Soldatinnen und Soldaten das nicht nur für einen Einsatz oder eine spezielle Übung bekommen, sondern behalten können. Ich diskutiere jetzt viel über fehlende Spinde- und Unterbringungsmöglichkeiten, weil das ziemlich viel Material ist und das muss natürlich auch gut gelagert werden. Da sind wir jetzt noch dran, das auch zu verbessern. Das ist wichtig, aber jedenfalls will ich sagen, das war eine hervorragende Entscheidung des Deutschen Bundestages, 2,4 Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen für die persönliche Ausrüstung. Denn das ist für unsere Soldatinnen und Soldaten sehr wichtig, dass sie alles am Mann und an der Frau haben, was sie für ihren Auftrag brauchen. Seit zwei Jahren ist Krieg in der Ukraine. Das hat die internationale Weltordnung komplett auf den Kopf gestellt. Auslandseinsätze im Rahmen der Bündnisverteidigung werden dadurch nun auch wahrscheinlicher. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius will dafür bis 2025 eine sogenannte kaltstaatfähige Division aufstellen. Also Soldatinnen und Soldaten, die innerhalb weniger Tage los können und sehr schnell zur Bündnisverteidigung an den NATO-Außengrenzen sein können. 15.000 Soldatinnen und Soldaten werden da aufgestellt. Wenn wir hören von Personalproblemen, wie soll das gehen? Das muss gehen, sage ich mal so. Deswegen muss wirklich intensiviert werden in dem Bereich Personalgewinnung, aber auch die Bundeswehr muss besser werden beim Thema Personalentwicklung und Personalbindung. Wir haben ja hervorragende Frauen und Männer in der Bundeswehr, die möglicherweise auch noch länger dienen können. Das ist auch eine Maßnahme. Und ja, das ist ein Kraftakt. Ich meine, seit zwei Jahren wird unter Hochdruck daran gearbeitet, die Bundeswehr vollständig einsatzbereit aufzustellen. Das ist alles keine Kleinigkeit. Und dafür fehlt auch die Zeit. Denn das muss im wahrsten Sinne des Wortes unter Hochdruck ruckzuck geschehen. Wir müssen sehr schnell die Bundeswehr vollständig einsatzbereit haben. Also es muss gehen. Es müssen alle Kräfte versammelt werden. Klarer Ansatz, klare Worte. Aber 2025 ist schon nächstes Jahr. Das ist sportlich. Ursprünglich war die Division ja für 2027 geplant. Und der Plan wurde geändert nach dem Überfall Russlands auf die ganze Ukraine. Und das ist auch richtig. Das gesamte Bündnis, die ganze NATO, aber auch die Europäische Union, richten sich darauf ein, stellen sich darauf ein. Und das ist ja Personal. Aber das ist zum Beispiel auch Material und Gerät. Deswegen auch das 100 Milliarden Euro Sondervermögen. Das heißt, es muss jetzt massiv in die Streitkräfte investiert werden, um einen möglichen Angriff gar nicht erst begegnen zu müssen. Und im Ernstfall auch uns gut verteidigen zu können, das Bündnis. Und abzuschrecken. Abzuschrecken, genau. Das ist ja auch eines der Hauptziele. 100 Milliarden Sondervermögen haben Sie gerade eben schon angesprochen. Sie haben vor einem Jahr auch gesagt, das reicht eigentlich nie und nimmer. Wie sehen Sie das heute? Vor einem Jahr habe ich vor allen Dingen feststellen müssen, dass das Geld noch nicht ausgegeben wurde und noch nicht bei der Truppe angekommen ist. Jetzt ist es so, dass unter Hochdruck Geld ausgegeben wird. Der Bundestag hat im vergangenen Jahr 55 sogenannte 25 Millionen Vorlagen. Beschlossen im Wert von 47,7 Milliarden Euro. Das heißt, es geht richtig los mit der Ausgabe, mit den Investitionen in Material. Das dauert natürlich noch ein bisschen, bis das bei der Truppe ankommt. Und die Bundeswehr ist auch zu Recht ungeduldig und will das neue Material jetzt auch zügig haben. Heißt also, die 100 Milliarden sind schon weg? Es geht vorwärts. Zwei Drittel sind zum Jahresende gebunden gewesen von dem Sondervermögen. Aber wir wissen ganz genau, es wird weiterhin viel Geld brauchen. Und darum gehen ja im Moment auch die Diskussionen im Deutschen Bundestag. Wie wird der nächste Bundeshaushalt aufgestellt? Dieses Jahr wird erstmalig das 2-Prozent-Ziel der NATO erreicht. Also diese Debatte wird natürlich fortgesetzt werden müssen. Einmal im Jahr kommt Ihr Wehrbericht. Sie übergeben ihn dann an die Bundestagspräsidentin. Was passiert dann? Wie wird mit dem Bericht im Parlament weiter verfahren? Also ich habe ja im letzten Jahr gesagt und die Hoffnung damit verbunden, dass mein Jahresbericht ein Impuls ist für Verbesserungen. Und das wünsche ich mir natürlich von diesem Jahresbericht jetzt auch wieder. Es ist so, dass ich ihn zunächst der Öffentlichkeit dann vorstelle, nachdem ich ihn der Bundestagspräsidentin übergeben habe. Und dann gibt es eine Debatte im Deutschen Bundestag, im Plenum, wo ich den Jahresbericht vorstelle und die Abgeordneten darüber diskutieren. Dann kommt er in den Ausschuss. Das Ministerium nimmt Stellung zu den Punkten, die ich auch kritisiert, angemahnt, vorgeschlagen habe. Und dann gibt es eine weitere Debatte im Plenum. Das heißt, man hat im Grunde genommen ein ganzes Jahr auch mit Debatte über den Jahresbericht des vorangegangenen Jahres. Und ich hoffe, dass die Punkte, die ich aufgeschrieben habe und festgestellt habe, dann auch zu Veränderungen und Verbesserungen führen. Abschließend noch ein Zitat aus Ihrem Jahresbericht. Militärische Macht gewinnt zunehmend an Bedeutung. Wie meinen Sie das? Das ist natürlich eine bedauerliche Erkenntnis. Aber wir müssen feststellen, dass unsere Freiheit, unser Frieden, unsere Demokratie bedroht sind. Wir merken das, wenn wir in die Welt schauen, dass das generell gilt. Aber auch bei uns in Deutschland, im Bündnis, in Europa. Und deswegen brauchen wir, und das ist die bittere Erkenntnis, leider wieder mehr Investitionen in Streitkräfte. Wir brauchen bestens aufgestellte Streitkräfte, um uns im Ernstfall verteidigen zu können. Und das zeigt insbesondere der Krieg in der Ukraine. Aber das zeigt auch die Lage im Nahen Osten. Es geht nicht ohne Militär, wenn wir Frieden und Freiheit wollen. Sagt die Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages, Eva Högl, zu Ihrem Jahresbericht. Dankeschön, dass Sie bei uns waren. Ich danke auch. Und an Sie, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.